Friedrich Nietzsche Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne 1. In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Tiere mußten sterben. 2. So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. 3. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war, wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. 4. Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte, sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die angelnde Welt sich in ihm drehten. 5. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, daß auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt. 6. Es ist nichts so verwerflich und gering in der Natur, was nicht durch einen kleinen Anhauch jener Kraft des Erkennens sofort wie ein Schlauch aufgeschwellt würde, und wie jeder Lastträger seinen Bewunderer haben will, so meint gar der stolzeste Mensch, der Philosoph, von allen Seiten die Augen des Weltalls teleskopisch auf sein Handeln und Denken gerichtet zu sehen. 7. Es ist merkwürdig, daß dies der Intellekt zustande bringt, er, der doch gerade nur als Hilfsmittel den unglücklichsten, delikatesten, vergänglichsten Wesen beigegeben ist, um sie eine Minute im Dasein festzuhalten, aus dem sie sonst, ohne jede Beigabe, so schnell wie Lessings Sohn zu flüchten, allen Grund hätten. 8. Jener mit dem Erkennen und Empfinden verbundene Hochmut, verblendendem Nebel über die Augen und Sinne der Menschen legend, täuscht sie also über den Wert des Daseins, dadurch, daß er über das Erkennen selbst die schmeichelhafteste Wertschätzung in sich trägt. 9. Seine allgemeinste Wirkung ist Täuschung, aber auch die einzelsten Wirkungen tragen etwas von gleichem Charakter an sich. 10. Der Intellekt, als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums, entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung. 10. Denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen ein Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubtiergebiss zu führen versagt ist. 11. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel. 11. Sie sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder. 12. Ihr Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht Formen. 12. Ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich, Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen. 13. Dazu läßt sich der Mensch nachts ein Leben hindurch im Traume belügen, ohne daß sein moralisches Gefühl dies je zu verhindern suchte, während es Menschen geben soll, die durch starken Willen das Schnarchen beseitigt haben. 14. Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? 15. Ja, vermöchte er auch nur, sich einmal vollständig, hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu perzipieren? 16. Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn, abseits von den Windungen der Gedärme, 16. Sie warf den Schlüssel weg und wehe der verhängnisvollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer heraus und hinab zu sehen vermöchte, 16. Und die jetzt ahnte, daß auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen, der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. 17. Woher in aller Welt bei dieser Konstellation der Trieb zur Wahrheit? 18. Soweit das Individuum sich gegenüber anderen Individuen erhalten will, benutzte es in einem natürlichen Zustande der Dinge den Intellekt, zumeist nur zur Verstellung. 18. Weil aber der Mensch zugleich aus Not und Langeweile gesellschaftlich und herdenweise existieren will, 19. Braucht er einen Friedensschluß und trachtet danach, daß wenigstens das allergröbste Bellum Omnium contra Omnis aus seiner Welt verschwinde. 20. Dieser Friedensschluß bringt aber etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur Erlangung jenes rätselhaften Wahrheitstriebes aussieht. 20. Jetzt wird nämlich das fixiert, was von nun an Wahrheit sein soll. 21. Das heißt, es wird eine gleichmäßig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden, und die Gesetzgebung der Sprache gibt auch die ersten Gesetze der Wahrheit. 21. Denn es entsteht hier zum ersten Male der Kontrast von Wahrheit und Lüge. 22. Der Lügner gebraucht die gültigen Bezeichnungen, die Worte, um das Unwirkliche als wirklich erscheinen zu machen. 23. Er sagt zum Beispiel, ich bin reich, während für diesen Zustand gerade arm die richtige Bezeichnung wäre. 24. Er missbraucht die festen Konventionen durch beliebige Vertauschungen oder gar Umkehrungen der Namen. 25. Wenn er dies in eigennütziger und übrigens schadenbringender Weise tut, 25. So wird ihm die Gesellschaft nicht mehr trauen und ihn dadurch von sich ausschließen. 26. Die Menschen fliehen dabei, das Betrogenwerden nicht so sehr, als das Beschädigtwerden durch Betrug. 27. Sie hassen auch auf dieser Stufe im Grunde nicht die Täuschung, 28. sondern die schlimmen feindseligen Folgen gewisser Gattungen von Täuschungen. 28. In einem ähnlichen, beschränkten Sinne will der Mensch auch nur die Wahrheit. 29. Er begeht die angenehmen, lebenerhaltenden Folgen der Wahrheit. 29. Gegen die reine, folgenlose Erkenntnis ist er gleichgültig. 30. Gegen die vielleicht schädlichen und zerstörenden Wahrheiten sogar feindlich gestimmt. 30. Und überdies, wie steht es mit jenen Konventionen der Sprache? 31. Sind sie vielleicht Erzeugnisse der Erkenntnis, des Wahrheitssinns? 31. Decken sich die Bezeichnungen und die Dinge? 32. Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller Realitäten? 32. Nur durch Vergesslichkeit kann der Mensch je dazu kommen, zu wähnen, er besitze eine Wahrheit in dem eben bezeichneten Grade. 33. Wenn er sich nicht mit der Wahrheit in der Form der Tautologie, d.h. mit leeren Hülsen, begnügen will, so wird er ewig Illusionen für Wahrheiten einhandeln. 34. Was ist ein Wort? 35. Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten. 35. Von dem Nervenreiz aber weiter zu schließen auf eine Ursache außer uns, 36. Ist bereits das Resultat einer falschen und unberechtigten Anwendung des Satzes vom Grunde. 36. Wie dürften wir, wenn die Wahrheit bei der Genesis der Sprache, 37. Der Gesichtspunkt der Gewissheit bei den Bezeichnungen allein entscheidend gewesen wäre, 37. Wie dürften wir doch sagen, der Stein ist hart? 38. Als ob uns hart noch sonst bekannt wäre und nicht nur als eine ganz subjektive Reizung. 39. Wir teilen die Dinge nach Geschlechtern ein. 40. Wir bezeichnen den Baum als männlich, die Pflanze als weiblich. 41. Welche willkürlichen Übertragungen. 41. Wie weit hinaus geflogen durch den Kanon der Gewissheit. 42. Wir reden von einer Schlange. 42. Die Bezeichnung trifft nichts als das Sich-Winden, könnte also auch dem Wurme zukommen. 42. Welche willkürlichen Abgrenzungen, welche einseitigen Bevorzugungen, 43. Bald der, bald jener Eigenschaft eines Dinges. 43. Die verschiedenen Sprachen nebeneinander gestellt zeigen, 44. Dass es bei den Worten nie auf die Wahrheit, nie auf einen adäquaten Ausdruck ankommt, 44. Denn sonst gäbe es nicht so viele Sprachen. 44. Das Ding an sich, das würde eben die reine, folgenlose Wahrheit sein, 45. Ist auch dem Sprachbildner ganz unfasslich und ganz und gar nicht erstrebenswert. 45. Er bezeichnet nur die Relationen der Dinge zu den Menschen 45. Und nimmt zu deren Ausdrucke die kühnsten Metaphern zu Hilfe. 45. Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild, erste Metapher. 46. Das Bild wieder nachgeformt in einen Laut, zweite Metapher. 47. Und jedes Mal vollständiges Überspringen der Sphäre mitten hinein in eine ganz andere und neue. 48. Man kann sich einen Menschen denken, der ganz taub ist und nie eine Empfindung des Tones und der Musik gehabt hat, 48. Wie dieser etwa die glattnischen Klangfiguren im Sande anstaunt, 49. Ihre Ursachen im Erzittern der Seite findet und nun darauf schwören wird, 49. Jetzt müsse er wissen, was die Menschen den Ton nennen. 49. So geht es uns allen mit der Sprache. 50. Wir glauben, etwas von den Dingen selbst zu wissen, 51. Wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden, 51. Und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, 52. Die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen. 53. Wie der Ton als Sandfigur, 53. So nimmt sich das rätselhafte X des Dings an sich, 54. Einmal als Nervenreiz, 54. Dann als Bild, endlich als Laut aus. 54. Logisch geht es also jedenfalls nicht bei der Entstehung der Sprache zu. 55. Und das ganze Material, 54. Worin und womit später der Mensch der Wahrheit, 55. Der Forscher, der Philosoph arbeitet und baut, 55. Stammt, wenn nicht aus Wolkenkuckucksheim, 55. So doch jedenfalls nicht aus dem Wesen der Dinge. 55. Denken wir besonders noch an die Bildung der Begriffe. 56. Jedes Wort wird sofort dadurch Begriff, 56. Dass es eben nicht für das einmalige, 56. Ganz und gar individualisierte Urerlebnis, 57. Dem es sein Entstehen verdankt, 58. Etwa als Erinnerung dienen soll, 59. Sondern zugleich für zahllose, 59. Mehr oder weniger ähnliche, 59. Das heißt streng genommen niemals gleiche, 59. Also auf lauter ungleiche Fälle passen muss. 59. Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen 59. So gewiss nie ein Blatt 59. So gewiss ist der Begriff Blatt 60. Durch beliebiges Fallenlassen 61. Dieser individuellen Verschiedenheiten 61. Durch ein Vergessen des Unterscheidenden gebildet 61. Und erweckt nun die Vorstellung, 62. Als ob es in der Natur 62. Außer den Blättern etwas gäbe, 62. Das Blatt wäre, 63. Etwa eine Urform, 63. Nach der alle Blätter 63. Gewebt, gezeichnet, 64. Abgezirkelt, 64. Gefärbt, 64. Gekräuselt, 64. Aber von ungeschickten Händen, 64. So daß kein Exemplar 64. Korrekt und zuverlässig 65. Als treues Abbild 65. Der Urform ausgefallen wäre. 65. Wir nennen einen Menschen ehrlich. 65. Warum hat er heute so ehrlich gehandelt, 66. Fragen wir. 66. Unsere Antwort fliegt zu lauten, 67. Seine Ehrlichkeit wegen. 67. Die Ehrlichkeit. 67. Das heißt wieder, 67. Das Blatt ist die Ursache der Blätter. 67. Wir wissen ja gar nichts 67. Von einer wesenhaften Qualität, 68. Die die Ehrlichkeit hieße, 68. Wohl aber von zahlreichen 68. Individualisierten, 69. Somit ungleichen Handlungen, 69. Die wir durch Weglassen des Ungleichen 69. Gleichsetzen und jetzt 69. Als ehrliche Handlungen bezeichnen. 69. Zuletzt formulieren wir aus ihnen 69. Eine Qualitas occulta 69. Mit dem Namen 69. Die Ehrlichkeit. 69. Das Übersehen des 70. Das Übersehen des Individuellen und Wirklichen 70. Gibt uns den Begriff, 71. Wie es uns auch die Form gibt, 71. Wohingegen die Natur keine Formen und Begriffe, 72. Also auch keine Gattungen kennt, 72. Sondern nur ein für uns unzugängliches 72. Und undefinierbares X. 72. Denn auch unser Gegensatz von Individuum und Gattung 73. Ist anthropomorphisch 74. Und entstammt nicht dem Wesen der Dinge, 74. Wenn wir auch nicht zu sagen wagen, 74. Das wäre nämlich eine dogmatische Behauptung 74. Und als solche ebenso unerweislich wie ihr Gegenteil. 75. Was ist also Wahrheit? 75. Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, 75. Kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, 76. Übertragen, geschmückt wurden 76. Und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, 76. Kanonisch und verbindlich dünken. 77. Die Wahrheiten sind Illusionen, 77. Von denen man vergessen hat, 78. Dass sie welche sind. 78. Metaphern, die abgenutzt 79. Und sinnlich kraftlos geworden sind, 79. Münzen, die ihr Bild verloren, 79. Und nun als Metall, 79. Nicht mehr als Münzen in Betracht kommen. 80. Wir wissen immer noch nicht, 80. Woher der Trieb zur Wahrheit stammt. 81. Denn bis jetzt haben wir nur 81. Von der Verpflichtung gehört, 81. Die die Gesellschaft, 81. Um zu existieren, stellt, 82. Wahrhaftig zu sein. 82. Das heißt, 82. Die usuellen Metaphern zu gebrauchen, 82. Also moralisch ausgedrückt, 83. Von der Verpflichtung 83. Nach einer festen Konvention 83. Zu lügen. 83. Scharenweise, 84. In einem für alle verbindlichen Stile 85. Nun vergisst freilich der Mensch, 85. Dass es so mit ihm steht. 85. Er lügt also in der bezeichneten Weise 86. Unbewusst 86. Und nach hundertjährigen Gewöhnungen 87. Und kommt eben durch diese Unbewusstheit, 87. Eben durch dies Vergessen 87. Zum Gefühl der Wahrheit. 87. An dem Gefühl verpflichtet zu sein, 87. Ein Ding als rot, 87. Ein anderes als kalt, 87. Ein drittes als stumm zu bezeichnen, 87. Erwacht eine moralische, 88. Auf Wahrheit sich beziehende Regung. 88. Aus dem Gegensatz des Lügners, 89. Dem niemand traut, 89. Den alle ausschließen, 89. Demonstriert sich der Mensch das Ehrwürdige, 89. Zutrauliche und Nützliche der Wahrheit. 89. Er stellt jetzt sein Handeln als vernünftiges Wesen 90. Er leidet es nicht mehr durch die plötzlichen Eindrücke, 89. Durch die Anschauungen fortgerissen zu werden. 90. Er verallgemeinert all diese Eindrücke 90. Erst zu entfärbteren, kühleren Begriffen, 91. Um an sie das Fahrzeug seines Lebens und Handelns anzuknüpfen. 91. Alles, was den Menschen gegen das Tier abhebt, 91. Hängt von dieser Fähigkeit ab, 91. Die anschaulichen Metaphern zu einem Schema zu verflüchtigen, 91. Also ein Bild in einen Begriff aufzulösen. 91. Im Bereich jener Schemata nämlich ist etwas möglich, 91. Was niemals unter den anschaulichen ersten Eindrücken gelingen möchte. 91. Eine pyramidale Ordnung nach Kasten und Graden aufzubauen. 91. Eine neue Welt von Gesetzen, Privilegien, Unterordnungen, 91. Grenzbestimmungen zu schaffen, 91. Die nun der anderen, anschaulichen Welt 91. Der ersten Eindrücke gegenüber tritt, 91. Als das Festere, Allgemeinere, Bekanntere, Menschlichere 91. Und daher als das Regulierende und Imperativische. 91. Während jede Anschauungsmetapher individuell und ohne ihresgleichen ist 91. Und deshalb allem Rubrizieren immer nur entfliehen weiß, 91. Zeigt der große Bau der Begriffe 92. Die starre Regelmäßigkeit eines römischen Kolumbariums 92. Und atmet in der Logik jene Strenge und Kühle aus, 93. Die der Mathematik zu eigen ist. 93. Wie von dieser Kühle angehaucht wird, 94. Wird es kaum glauben, 94. Dass auch der Begriff knöchern und achteckig wie ein Würfel 94. Und versetzbar wie jener, 95. Doch nur als das Residuum einer Metapher übrig bleibt 94. Und dass die Illusion der künstlerischen Übertragung eines Nervenreizes in Bilder, 95. Wenn nicht die Mutter, 95. So doch die Großmutter eines jeden Begriffs ist. 95. Innerhalb dieses Würfelspiels der Begriffe 95. Heißt aber Wahrheit, 95. Jeden Würfel so zu gebrauchen, wie er bezeichnet ist, 96. Genau seine Augen zu zählen, 96. Richtige Rubriken zu bilden 96. Und nie gegen die Kastenordnung 96. Und gegen die Reihenfolge der Rangklassen zu verstoßen. 96. Wie die Römer und Etrusker 96. sich den Himmel durch starre mathematische Linien zerschnitten 97. Und in einen solchermaßen abgegrenzten Raum 97. Als in ein Templum einen Gott banden, 97. So hat jedes Volk über sich 98. Einen solchen mathematisch zerteilten Begriffshimmel 98. Und versteht nun unter der Forderung der Wahrheit, 99. Dass jeder Begriffsgott 99. Nur in seine Sphäre gesucht werde. 99. Man darf hier den Menschen wohl bewundern, 99. Als ein gewaltiges Baugenie, dem auf beweglichen Fundamenten und gleichsam auf fließendem Wasser 99. Das Auftürmen eines unendlich komplizierten Begriffsdomes gelingt. 99. Freilich, um auf solchen Fundamenten Halt zu finden, 99. Muss es ein Bau wie aus Spinnefäden sein. 99. So zart, um von der Welle mit fortgetragen, 99. So fest, um nicht von dem Winde auseinandergeblasen zu werden. 99. Als Baugenie erhebt sich solchermaßen der Mensch weit über die Biene. 99. Diese baut aus Wachs, das sie aus der Natur zusammenholt, 99. Eher aus dem weit zarteren Stoffe der Begriffe, die er erst aus sich fabrizieren muss. 99. Er ist hier sehr zu bewundern, 99. Aber nur nicht wegen seines Triebes zur Wahrheit, 99. Zum reinen Erkennen der Dinge. 99. Wenn jemand ein Ding hinter einem Buschefisch steckt, 99. Es eben dort wieder sucht und findet, 99. So ist an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen. 99. So aber steht es mit dem Suchen und Finden der Wahrheit 99. Innerhalb des Vernunftbezirkes. 99. Wenn ich die Definition des Säugetiers mache 99. Und dann erkläre, nach Besichtigung eines Kamels, 99. Sehe, ein Säugetier, 99. So wird damit eine Wahrheit zwar an das Licht gebracht, 99. Aber sie ist von begrenztem Werte. 99. Ich meine, sie ist durch und durch anthropomorphisch 99. Und enthält keinen einzigen Punkt, 99. Der wahr an sich, 99. Wirklich und allgemeingültig, 99. Abgesehen von dem Menschen wäre. 99. Der Forscher nach solchen Wahrheiten 99. Sucht im Grunde nur die Metamorphose der Welt in den Menschen. 99. Er ringt nach einem Verstehen der Welt 99. Als eines menschenartigen Dinges 99. Und er kämpft sich bestenfalls das Gefühl einer Assimilation. 99. Ähnlich wie der Astrolog die Sterne im Dienste der Menschen 99. Und im Zusammenhange mit ihrem Glück und Leide betrachtet, 99. So betrachtet ein solcher Forscher die ganze Welt 99. Als geknüpft an den Menschen. 99. Als den unendlich gebrochenen Wiederklang eines Urklanges des Menschen. 99. Als das vervielfältigte Abbild des einen Urbildes des Menschen. 99. Sein Verfahren ist, den Menschen als Maß an alle Dinge zu halten, 99. Wobei er aber von dem Irrtume ausgeht, zu glauben, 100. Er habe diese Dinge unmittelbar als reine Objekte vor sich. 99. Er vergisst also die originalen Anschauungsmetaphern als Metaphern 99. Nur durch das Vergessen jener primitiven Metapherwelt, 99. Nur durch das Hart- und Starrwerden einer ursprünglich in hitziger Flüssigkeit 99. Aus dem Urvermögen menschlicher Fantasie hervorströmenden Bildermasse, 99. Nur durch den unbesiegbaren Glauben, diese Sonne, dieses Fenster, dieser Tisch 100. Sei eine Wahrheit an sich. Kurz nur dadurch, dass der Mensch sich als Subjekt und zwar als künstlerisch schaffendes Subjekt vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Konsequenz. Wenn er einen Augenblick nur aus den Gefängniswänden dieses Glaubens heraus könnte, so wäre es sofort mit seinem Selbstbewusstsein vorbei. Schon dies kostet ihm Mühe, sich einzugestehen, wie das Insekt oder der Vogel eine ganz andere Welt perzipieren als der Mensch, und dass die Frage, welche von beiden Weltperzeptionen richtiger ist, eine ganz sinnlose ist, da hierzu bereits mit dem Maßstabe der richtigen Perzeption, das heißt mit einem nicht vorhandenen Maßstabe, gemessen werden müsste. Überhaupt scheint mir die richtige Perzeption, das würde heißen der adäquate Ausdruck eines Objekts im Subjekt, ein widersprüchliches Unding. Denn zwischen zwei absolut verschiedenen Sphären, wie zwischen Subjekt und Objekt, gibt es keine Kausalität, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck, sondern höchstens ein ästhetisches Verhalten. Ich meine eine andeutende Übertragung, eine nachstammelnde Übersetzung in eine ganz fremde Sprache. Wozu es aber jedenfalls einer frei dichtenden und frei erfindenden Mittelsphäre und Mittelkraft bedarf. Das Wort Erscheinung enthält viele Verführungen, weshalb ich es möglichst vermeide. Denn es ist nicht wahr, dass das Wesen der Dinge in der empirischen Welt erscheint. Ein Maler, dem die Hände fehlen und der durch Gesang das ihm vorschwebende Bild ausdrücken wollte, wird immer noch mehr bei dieser Vertauschung des Sphären verraten, als die empirische Welt vom Wesen der Dinge verrät. Selbst das Verhältnis eines Nervenreizes zu dem hervorgebrachten Bilde ist an sich kein Notwendiges. Wenn aber eben dasselbe Bild Millionenmal hervorgebracht und durch viele Menschengeschlechte hindurch vererbt ist, ja zuletzt bei der gesamten Menschheit jedes Mal infolge desselben Anlasses erscheint, so bekommt es endlich für den Menschen dieselbe Bedeutung, als ob es das einzig notwendige Bild sei und als ob jenes Verhältnis des ursprünglichen Nervenreizes zu dem hergebrachten Bilde ein strenges Kausalitätsverhältnis sei, wie ein Traum, ewig wiederholt, durchaus als Wirklichkeit empfunden und beurteilt werden würde. Aber das Hart- und Starrwerden einer Metapher verbirgt durchaus nichts für die Notwendigkeit und ausschließliche Berechtigung dieser Metapher. Es hat gewiss jeder Mensch, der in solchen Betrachtungen heimisch ist, gegen jeden derartigen Idealismus ein tiefes Misstrauen empfunden, so oft er sich einmal recht deutlich von der ewigen Konsequenz, Allgegenwärtigkeit und Unfehlbarkeit der Naturgesetze überzeugte. Er hat den Schluss gemacht, hier ist alles, soweit wir dringen, nach der Höhe der teleskopischen und nach der Tiefe der mikroskopischen Welt so sicher, ausgebaut, endlos, gesetzmäßig und ohne Lücken. Die Wissenschaft wird ewig in diesen Schachten mit Erfolg zu graben haben, und alles Gefundene wird zusammenstimmen und sich nicht widersprechen. Wie wenig gleicht dies einem Fantasieerzeugnis? Denn wenn es dies wäre, müsste es doch irgendwo den Schein und die Unrealität erraten lassen. Dagegen ist einmal zu sagen, hätten wir noch, jeder für sich, eine verschiedenartige Sinnesempfindung, könnten wir selbst nur bald als Vogel, bald als Wurm, bald als Pflanze perzipieren, oder sehe der eine von uns denselben Reiz als rot, der andere als blau, hörte ein Dritter ihn sogar als Ton, so würde niemand von einer solchen Gesetzmäßigkeit der Natur reden, sondern sie nur als ein höchst subjektives Gebilde begreifen. So dann, was ist für uns überhaupt ein Naturgesetz? Es ist uns nicht an sich bekannt, sondern nur in seinen Wirkungen, das heißt, in seinen Relationen zu anderen Naturgesetzen, die uns wieder nur als Relationen bekannt sind. Also verweisen alle diese Relationen immer nur wieder aufeinander und sind uns ihrem Wesen nach unverständlich durch und durch. Nur das, was wir hinzubringen, die Zeit, der Raum, also Sukzessionsverhältnisse und Zahlen sind uns wirklich daran bekannt. Alles Wunderbare aber, dass wir gerade an den Naturgesetzen anstaunen, das unsere Erklärung fordert und uns zum Misstrauen gegen den Idealismus verführen könnte, liegt gerade und ganz allein nur in der mathematischen Strenge und Unverbrüchlichkeit der Zeit- und Raumvorstellungen. Diese aber produzieren wir in uns und aus uns mit jener Notwendigkeit, mit der die Spinne spinnt. Wenn wir gezwungen sind, alle Dinge nur unter diesen Formen zu begreifen, so ist es dann nicht mehr wunderbar, dass wir an allen Dingen eigentlich nur eben diese Formen begreifen. Denn sie alle müssen die Gesetze der Zahl an sich tragen und die Zahl gerade ist das Erstaunlichste in den Dingen. Alle Gesetzmäßigkeit, die uns im Sternenlauf und im chemischen Prozess so imponiert, fällt im Grund mit jenen Eigenschaften zusammen, die wir selbst an die Dinge heranbringen, sodass wir damit uns selber imponieren. Dabei ergibt sich allerdings, dass jene künstlerische Metapherbildung, mit der in uns jede Empfindung beginnt, bereits jene Formen voraussetzt, also in ihnen vollzogen wird. Nur aus dem festen Verharren dieser Urformen erklärt sich die Möglichkeit, wie nachher wieder aus den Metaphern selbst ein Bau der Begriffe konstituiert werden sollte. Dieser ist nämlich eine Nachahmung der Zeit-, Raum- und Zahlenverhältnisse auf dem Boden der Metaphern. Zweitens. An dem Bau der Begriffe arbeitet ursprünglich, wie wir sahen, die Sprache, in späteren Zeiten, die Wissenschaft. Wie die Biene zugleich an den Zellen baut und die Zellen mit Honig füllt, so arbeitet die Wissenschaft unaufhaltsam an jenem großen Kolumbarium der Begriffe, der Begräbnisstätte der Anschauung, baut immer neue und höhere Stockwerke, stützt, reinigt, erneut die alten Zellen und ist vor allem bemüht, jenes ins Ungeheure aufgetürmte Fachwerk zu füllen und die ganze empirische Welt, d.h. die anthropomorphische Welt, hineinzuordnen. Wenn schon der handelnde Mensch sein Leben an die Vernunft und ihre Begriffe bindet, um nicht fortgeschwemmt zu werden und sich nicht selbst zu verlieren, so baut der Forscher seine Hütte dicht an dem Turmbau der Wissenschaft, um an ihm mithelfen zu können und selbst Schutz unter dem vorhandenen Bollwerk zu finden. Und Schutz braucht er, denn es gibt furchtbare Mächte, die fortwährend auf ihn eindringen und die der wissenschaftlichen Wahrheit ganz anders geartete Wahrheiten mit den verschiedenartigsten Schildzeichen entgegenhalten. Jener Trieb zur Metapherbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen Augenblick wegrechnen kann, weil man damit den Menschen selbst wegrechnen würde, ist dadurch, dass aus seinen verflüchtigten Erzeugnissen den Begriffen eine reguläre und starre neue Welt als eine Zwingburg für ihn gebaut wird, in Wahrheit nicht bezwungen und kaum gebändigt. Er sucht sich ein neues Bereich seines Wirkens und ein anderes Flussbette und findet es im Mythos und überhaupt in der Kunst. Fortwährend verwirrt er die Rubriken und Zellen der Begriffe dadurch, dass er neue Übertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt. Fortwährend zeigt er die Begierde, die vorhandene Welt des wachen Menschen so bunt, unregelmäßig, folgenlos, unzusammenhängend, reizvoll und ewig neu zu gestalten, wie es die Welt des Traumes ist. An sich ist ja der wache Mensch nur durch das starre und regelmäßige Begriffsgespinst darüber im Klaren, dass er wache, und kommt eben deshalb mitunter in den Glauben, er träume, wenn jenes Begriffsgespinst einmal durch die Kunst zerrissen wird. Pascal hat Recht, wenn er behauptet, dass wir, wenn uns jede Nacht derselbe Traum käme, davon ebenso beschäftigt würden als von den Dingen, die wir jeden Tag sehen. Wenn ein Handwerker gewiß wäre, jede Nacht zu träumen, vor der zwölf Stunden hindurch, dass er König sei, so glaube ich, sagt Pascal, dass er ebenso glücklich wäre, als ein König, welcher alle Nächte während zwölf Stunden träumte, er sei Handwerker. Der wache Tag eines mythisch erregten Volkes, etwa der älteren Griechen, ist durch das fortwährend wirkende Wunder, wie es der Mythos annimmt, in der Tat dem Traume ähnlicher als dem Tag des wissenschaftlich ernüchterten Denkes. Wenn jeder Baum einmal als Nymphe reden oder unter der Hülle eines Stieres ein Gott Jungfrauen wegschleppen kann, wenn die Göttin Athene selbst plötzlich gesehen wird, wie sie mit einem schönen Gespann in der Begleitung des Pisistratus durch die Märkte Athens fährt, und das glaubte der ehrliche Athene, so ist in jedem Augenblicke, wie im Traume, alles möglich, und die ganze Natur umschwärmt den Menschen, als ob sie nur die Maskerade der Götter wäre, die sich nur einen Scherz daraus machten, in allen Gestalten den Menschen zu täuschen. Der Mensch selbst aber hat einen unbesiegbaren Hang, sich täuschen zu lassen, und ist wie bezaubert vor Glück, wenn der Rhapsode ihm epische Märchen wie wahr erzählt, oder der Schauspieler im Schauspiel den König noch königlicher agiert, als ihn die Wirklichkeit zeigt. Der Intellekt jener Meister der Verstellung ist so lange frei und seinem sonstigen Sklavendienste enthoben, als er täuschen kann, ohne zu schaden, und feiert dann seine Saturnalien. Nie ist er üppiger, reicher, stolzer, gewandter und verwegener. Mit schöpferischem Behagen wirft er die Metaphern durcheinander und verrückt die Grenzsteine der Abstraktion, so daß er zum Beispiel den Strom als den beweglichen Weg bezeichnet, der den Menschen trägt, dorthin, wo er sonst geht. Jetzt hat er das Zeichen der Dienstbarkeit von sich geworfen, sonst mit trübsinniger Geschäftigkeit bemüht, einem armen Individuum, dem es nach Dasein gelüstet, den Weg und die Werkzeuge zu zeigen und wie ein Diener für seinen Herrn auf Raub und Beute auszieht, ist er jetzt zum Herrn geworden und darf den Ausdruck der Bedürftigkeit aus seinen Minen wegwischen. Was er jetzt auch tut, alles trägt im Vergleich mit seinem früheren Ton die Verstellung, wie das frühere die Verzerrung an sich. Er kopiert das Menschenleben, nimmt es aber für eine gute Sache und scheint mit ihm sich recht zufrieden zu geben. Jenes ungeheure Gebälk und Bretterwerk der Begriffe, an das sich klammernd der bedürftige Mensch sich durch das Leben rettet, ist dem freigewordenen Intellekt nur ein Gerüst und ein Spielzeug für seine verwegensten Kunststücke. Und wenn er es zerschlägt, durcheinanderwirft, ironisch wieder zusammensetzt, das Fremdeste paarend und das Nächste trennend, so offenbart er, dass er jener Notbehelfe der Bedürftigkeit nicht braucht und dass er jetzt nicht von Begriffen, sondern von Intuitionen geleitet wird. Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmäßiger Weg in das Land der gespenstischen Schemata, der Abstraktionen. Für sie ist das Wort nicht gemacht, der Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in lauter verbotenen Metaphern und unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen der alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen, gegenwärtigen Intuition schöpferisch zu entsprechen. Es gibt Zeitalter, in denen der vernünftige Mensch und der intuitive Mensch nebeneinander stehen, der eine in Angst vor der Intuition, der andere mit Hohn über die Abstraktion, der letztere ebenso unvernünftig, als der erstere unkünstlerisch ist. Beide begehren über das Leben zu herrschen, dieser, indem er durch Vorsorge, Klugheit, Regelmäßigkeit den hauptsächlichsten Nöten zu begegnen weiß, jener, indem er als ein überfroher Held jene Nöte nicht sieht und nur das zum Schein und zur Schönheit verstellte Leben als real nimmt. Wo einmal der intuitive Mensch, etwa wie im älteren Griechenland, seine Waffen gewaltiger und siegreicher führt als ein Widerspiel, kann sich günstigenfalls eine Kultur gestalten und die Herrschaft der Kunst über das Leben sich gründen. Jene Verstellung, jenes Verleugnen der Bedürftigkeit, jener Glanz der metaphorischen Anschauungen und überhaupt jene Unmittelbarkeit der Täuschung, begleitet alle Äußerungen eines solchen Lebens. Weder das Haus, noch der Schritt, noch die Kleidung, noch der tönerne Krug verraten, dass die Notdurft sie erfand. Es scheint so, als ob in ihnen allen ein erhabenes Glück und eine olympische Wolkenlosigkeit und gleichsam ein Spielen mit dem Ernste ausgesprochen werden sollte. Während der von Begriffen und Abstraktionen geleitete Mensch durch diese das Unglück nur abwehrt, ohne selbst aus den Abstraktionen sich Glück zu erzwingen, während er nach möglichster Freiheit von Schmerzen trachtet, erntet der intuitive Mensch, inmitten einer Kultur stehend, bereits von seinen Intuitionen, außer der Abwehr des Übels, eine fortwährend einströmende Erhellung, Aufheiterung, Erlösung. Freilich leidet er heftiger, wenn er leidet. Ja, er leidet auch öfter, weil er aus der Erfahrung nicht zu lernen versteht und immer wieder in dieselbe Grube fällt, in die er einmal gefallen. Im Leide ist er dann ebenso unvernünftig wie im Glück, er schreit laut und hat keinen Trost. Wie anders steht unter dem gleichen Missgeschick der Stoische, an der Erfahrung belehrte, durch Begriffe sich beherrschende Mensch da. Er, der sonst nur Aufrichtigkeit, Wahrheit, Freiheit von Täuschungen und Schutz vor berückenden Überfällen sucht, liegt jetzt im Unglück das meiste Stück der Verstellung ab wie jener im Glück. Er trägt kein zuckendes und bewegliches Menschengesicht, sondern gleichsam eine Maske mit würdigem Gleichmaße der Züge. Er schreibt nicht und verendet nicht einmal seine Stimme. Wenn eine rechte Wetterwolke sich über ihn ausgießt, so hüllt er sich in seinen Mantel und geht langsamen Schrittes unter ihr davon.